Auch bei der RNA-Interferenzfirma Elnilam bezog Westphal die Forscher Thomas Tuschel, Philipp Scharp, Philipp Seymour, Paul Schimmel und David Bartel zwar als Mitgründer mit ein, doch als CEO wurde John Maragiorna eingesetzt, der das Unternehmen bis heute führt. Ein Biochemiker und Molekularbiologe, der zuvor im Management des Biotech-Konzerns Biogen und des Start-ups Millennium Pharmaceuticals Erfahrungen gesammelt hatte. Auch bei den übrigen Firmengründungen, Momenta, Acellaron, Nanosis, Overscience, Verasteam, Alnara, Concert, übernimmt Westphal entweder selbst für eine gewisse Zeit die Geschäftsführung oder wählt Personen aus, die zwar ausgebildete Naturwissenschaftler sind, aber immer auch Erfahrungen im Biotech-Management haben. Sein Ziel sei es, eigenständige Teams zu bilden, die rasch auch ohne sein Zutum gedeihen. Die Überzeugung mancher Unternehmer, dass ohne sie nichts gehe, sei ihm fremd. Seine Hauptaufgabe sei es, ein kompetentes und gut harmonisierendes Team zusammenzustellen, den Wagen also in die Spur zu setzen und dann zum nächsten Gründungsprojekt weiterzuziehen. Eine ähnliche Haltung hat Friedrich von Bohlen und Halbach, seit Beginn des Hop-Engagements-Chef des CureVac-Aufsichtsrats, zu der Frage, ob hervorragende Forscher auch hervorragende Unternehmer sein können. Ein Pferd, das bis zehn zählen kann, ist ein interessantes Pferd und kein Mathematiker, zitiert Bohlen einen Spruch aus dem Buch Augustins Erkenntnisse von Norman Augustin, ehemaliger Chairman und CEO der Martin Marietta Corporation. Anders gesagt, ein Wissenschaftler, der ein Unternehmen gut leitet, ist ein interessanter Wissenschaftler und nicht unbedingt ein interessanter Unternehmer. Dennoch entschließt sich der Aufsichtsrat CureVac nicht, Hör als CEO abzulösen und durch einen erfahreneren Pharmamanager zu ersetzen. Mit seiner MBA-Ausbildung aus Krems kannte Hör die Grundlagen der Unternehmensführung und hatte in den ersten Jahren CureVacs bewiesen, wie zielstrebig er ist und dass er das Unternehmen so lenken will, dass es seine Idee der RNA-Impfung auch wirklich auf den Markt schafft. Sagt Bohlen und betont, wir alle waren überzeugt, dass er eine Glaubwürdigkeit, Passion und Empathie mitbringt, die man schützen und entwickeln muss, weil sie für vieles steht, was diesem Land fehlt und was es braucht, um solche Ideen zum Erfolg zu führen. Und genug Beispiele aus der Vergangenheit, in denen Forscher zu erfolgreichen Unternehmern wurden, gibt es allemal. Etwa Holger Zinker, ein Biologe, der 1992 an der Technischen Universität Darmstadt promovierte und schon ein Jahr später die Firma Brain gründete. Ein Unternehmen, das allerdings nichts mit Hirnforschung zu tun hat, sondern mit dem smarten Konzept, die noch kaum erforschte Vielfalt an Naturstoffen, die in Bakterien schlummert, systematisch industriell zu nutzen, etwa als natürliche Süßungsmittel oder als Enzyme für die Waschmittelindustrie. Zinker übernahm erst die Geschäftsführung des Biotechnology Research and Information Network Brain und nach Umwandlung der GmbH in eine AG im Jahr 2000 den Vorstandsvorsitz bis zu seinem Wechsel in den Aufsichtsrat 2015, bevor er 2017 auch diese Position niederlegte.